In Ruhe einfach mal 10 Juts entladen, ohne dass das jemand geschwört hat. Hallo und herzlich willkommen hier bei TT. Ich begrüße Sie herzlichst und Rex auch. Ohne Alkohol ist nur los für Anfänger. Ich dachte wir sind schon im fortgeschrittenen Kurs. Hallo. Ja ich schon, ich und ich und Korra. Was? Bäh. Ach, die Kakteen hier machen wirklich Schaden. Ja. Es ist ja auch eine Kakteen. Äh Fabi. X-Kaktusse ist das. Du bist noch im Endgame-Check gerade gewesen. Ja ich weiß. Achso gut. Alles klar. Oh. Ich hab ne hohe Aufgabe. Wieso kommt hier aus der einen Kiste eine Pistole raus mit zweimal Schrotflinten-Munition? Ich wurde runtergekickt. Wo runter? Wo runter? Oh. Alter. Vom Tor vermutlich ne? Bist du tot? Nein. Wieso nicht? Von diesen scheiß Granaten. Er ist ins Wasser gefallen. Von der Disco? Ja. Wer die geschmissen hat den darfst du töten. Ich weiß nicht wer die geschmissen hat. Das ist dumm. Genau. Ich hab mich verletzt. Ich organisiere meinen Main-Traitor-Tester. Ich hab hier einen Goldblock. Oh Gott. Ich hab die Eisenbah- Oh. Ich bin ins Feuer gelaufen. Ich bin ins Feuer gelaufen. Loll, Malle ist tot. Hä? Ich bin noch nie. Ich hab Mann-Hacks. Nein! Ich hasse dich. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo? Oh. 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 Scheiße. Ich hab mich nicht umgebracht. Oh Mann-Hack. Könnt ich da rein oder was? Wie ist das jetzt? Nein, nein. Geh nicht da rein. Ja, geh rein. Könnt ihr die Toten bitte immer confirm? Das wäre ganz angenehm. Alter. Du verkackst dreckst Mann-Hacks. Ist das Traitor oder was? Der Malle ist tot. Hä? Ich hab den Goldblock geholt. Ja. Das heißt ja nicht so. Du willst vielleicht die Traitor-Volle anbauen. Ach ja. Du klaust Gold. Das ist jüdisches Verhalten. Also Traitor-Verhalten. Ja, da geh einfach nur rum. Ich hol dich da raus, Hini. Unwürdig. Ich häng dich auch. Oh nein, nein. Nein, nein, nein. Echt? Warum? Das Spiel hat sich aufgehangen. Da würde ich sagen, Pech gehabt. Junge, die ist das Ding scheiße. Ist auf mich losgegangen. Ha! Da geht es los. Danke sehr. Ähm. Nee, hättest du das nicht gemacht, wär ich gestorben, als ich mein Spiel aufgehangen hatte und dann... Achst du, sind wir deine Helden? Ja, aber du fliegst ja so oder so raus. Nein, das ist bei mir manchmal nur für 10 Sekunden oder so. Das ist ungefähr wie... Ist halt ungefähr wie bei seinem Gehirn. Das hängt sich auch alle 10 Sekunden auf. Ja, wieviel kann ich denn in den Marschloch stecken. Ich muss da reingehen. Lol, ich wurde abgeschossen. Lol, von wo? Von auf'n Turm, auf'n Turm. Von auf'n Turm. Da ist keiner. Da ist einer, der ist grad runtergegangen, die Treppe. Ah, dann derjenige, der rauskommt, ist tot. Schaut. Ich geh da rein. Oh, der geht in den Untergrund. Der kommt tot. Scheiße, den Untergrund gibt's auch noch. Ah! Da ist jemand gestorben! Was dir da untergefallen? Pen. Xyv war Dete? Er hat den Dete getötet. Xyv. Eddy, du warst in der Nähe. Du bist T. Xyv, du... Leute, es ist jetzt auf einmal... Einer irgendwo hier unten ist ein Traitor. Der hat gesehen, dass ich... Hä, warum ist... ... zum Lavase... zum Wassersee gegangen bin. Ach, der war von Anfang an, Dete, achso. Im Untergrund ist ein Traitor. Hier gibt's Gott sei Dank nur einen Untergrund. Ja, auf einmal war der See voll Lava. Und ich hab da unten irgendwo so eine Hand durchblütschen sehen. Wird mal nie durstig. Hä? Na... Über mir wurde gerade geschlossen. Kann ich mir vorstellen, dass du das gewesen bist. Was... Was soll ich denn gemacht haben? Du existierst. Ich existier, ja. Unten ist er auf jeden Fall nicht lang gegangen. Hier ist er nicht. Der Weg ist auch noch geschlossen. Wieso kann man nicht auf die Insel da hinten? Ich will da hin. Ist eben gestorben, wer da geschossen? Ich hab geschossen. Ins Wasser. Mit einer AR. Genau, AR-15. Wie soll ich der Xyv so behindern? Achso, er fräger die Wand, okay. Ist halt Xyv. Ja. Was soll denn... Du hast ihn doch gerade erschossen, oder nicht? Was zur Hölle sollte das? Alter, ohne Witz. Der ist so dumm, der ist so dumm, der ist so dumm. Ja. Dumm ist er. So dumm. Danke. Danke! Man! Er hat nämlich gerade nicht aufgepasst. Okay, hinter mir rennt jetzt hier Ganja. Ich renne hier einfach nur wild durch die Gegend. Es tut mir leid, Harry. Das war... Dumm. Ich bin blöd. Oh! Äh, Rex? Ja? Du hast also Proven. Ich bin I, also muss Ganja Traitor sein. Gerade als ich ihn machen wollte. Wir sind nämlich nur noch zu dritt. Dann solltest du sofort auf ihn schießen, wenn du ihn siehst. Ich seh ihn aber nicht mehr. Er war die ganze Zeit hier und jetzt ist er weg. Okay. Das ist nur scheiße mit meinem Karma gleich. Dann hab ich direkt wieder Schaden reduziert um 1000%. Ja, du hast auch einen Traitor getötet. Ja, aber ich hab halt auch einen Inno getötet. Und da ist die Karma-Strafe wesentlich höher. Mich! Ja gut, ist halt auch wie im echten Leben, ne? Er ist vorm Turm. Er ist vorm Turm. Ah, shit! Ich dachte, ich komm ins Wasser. Boah, Alter, Rex. Weißt du, ich will grad Mitch machen und werd von hinten von dir gemacht. Das kippt. Weißt du, weil du hattest... Du hattest den Shotgun und... Ja, und hab auch Mitch geschossen. Ich hatte zwei Shotguns, hättest du gehört. Und irgendjemand meinte so... Jo! Dann dachte ich, du hast ihn einfach erschossen. Ja, und ich dachte... Mitch. Mitch hat mich erschossen. Ja, und ich wollte dann nämlich grad Mitch machen. Mitch hat mich nämlich mit den Fäusern... Weil ich bin nämlich grad rein in den Turm und hab dann gehört, wie Eddie erschossen wurde. Ach, scheiße. Ich dachte, das wärst du gewesen. Neee. Ja, das... das... das hab ich jetzt... Dafür hab ich jetzt meine Karma. So richtig schön. Oh ja! 656. 879. Nee, das hab ich. Xyf hat das scheiß Karma. Xyf hat das scheiß Karma. Ja, er hat als täteren Innocenten gekillt. Das stört. Das ist richtig dumm. Das war aus Versehen. Ja, ja. Richtig dumm. Soll ich den Coltenblock wiederholen für, äh... Traitor? Ja. Oh nein, Alter. Oh nein. Jeder hat wieder Dings bekommen. Ey! Hier ist jemand gestorben. Er ist einfach runtergesprungen, oder was? Ja... Free for all. Mit dem Newton-Launcher. Ey! Wer war das? Oh nein! Ich schieß auf jeden, der das macht. Alter! Maka! Aua! Hier ist... Hoppla! Hoppla! Hör auf! Fuck you, bitch! Er ist Aff glitch! Aff glitch! Ich hab nur noch zwei... Ja... Oh... Was ist denn? Besser gestorben. Ich... Ich... Ich hab ihn durch die Launcher getötet. Aaaah... Was ist denn hier schon wieder los, ey? Dieser scheiß random Art wieder. Ja... Ja... Was war das denn, Alter? Loll! Da schieß jemand! Hör auf, Mann. Ne, Eddie, 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 Eddie! Eddie, 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 Eddie! Eddie ist es! Eddie ist es! Ehh, warum? War das nicht Eddie? Ach so! Eddie ist es. Er ist unter'm Leuchtturm... Er ist unter'm Leuchtturm... Lüge, 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 Lüge... Ne... Ich hab nicht noch nie gesehen... Das ist ne Lüge... Halte schnaubse, da ist ne Lüge! Ich hau dich gleich mal weg... Ach, ist das gar kein Free4all jetzt, oder was? Nein nur mit dem... ... Newtonstick da... Ich bin mal kurz weg... Hier ist Gunther, der ist tot, den hab ich runtergeschmissen auch irgendwie... okay gut dann habe ich glaube ich jetzt scheiß kam er weil ich mich doch am sagt ja was willst du von mir ich hau dich weg also wir dürfen auch normale waffen benutzen ne na klar oh hier liegt ne diegel oh oh Alter Eddie ist hier, Eddie ist hier, der ist hier noch, die Runde ist noch nicht vorbei Schaut doch mal Alter, mal mit du anal Ratte ne Ich? Ja du Weißt du bin ich grad, die Runde fängt an Bam tot Fick dich einfach So scheiß Randomart Kacke Das macht keinen Spaß so Der Randomart ist super und wer ist da in Lava gespawnt? Ich Bin in Lava gespawnt Ja ohne willst du sagst, das macht keinen Spaß Oh Oh Eddie Alter guck mal mein Karma, warum ist das so niedrig? Ja weil du grad schon wieder ein Inno getötet hast Ja aber mit dem Dingsen Ja, überleg mal, hättest du das Ding nicht benutzt, dann wärs noch weniger Ja Oh, da hab ich mir auch Minus, das wusste ich gar nicht Ja, du bist, du bist Minus, Alter, du bist ein Minus-Bench Ich bin... Deswegen ist das keine Free For All Runde, wenn man den Newton Launcher hat, weil es wird angerechnet Ah, okay, also darf man da sich zwar abschießen, aber... Kammerkippe trotzdem gehen Man sollte aufpassen, dass man jemanden nicht tötet damit, ja Äh, okay Hier ist grad jemand verbrannt Ich wurde durch die Welt getötet Ja, der Fackel Ne, keine Fackel, ich stand einfach so random in der Gegend Ja, und wenn du tot bist, dann hältst du die Fresse Ähm... Du hast gerade gekauft Du lebst noch Ganja ist aufger Hallo Ganja ist garantiert Tee Mitch, wo bist du tot... Ich hab die Dete hier gefunden Wo ist Mitch gestorben und ist da ein Mine-Cut in der Nähe? Ja, den Tester, nein Er ist hier mit dem Tester in der Nähe gestorben Henny, Henny, wir töten dich so wie du Das stimmt Ja, aber ich hatte ein Mine-Cut, was ein bisschen gerubberbandet ist vor mir Und dementsprechend hätte sein können, dass ich ihn getroffen habe Alter, ich muss meinem Kurzhenny ein bisschen leiser stellen Ne, ich glaube, ich glaube, es war Malle Malle war direkt bei ihm Hä, ich bin direkt da von erst Ich bin wieder da Malle war direkt bei ihm Hallo, guckt euch doch mal die Leiche an, Mann, ihr Fonks Alter, Malle, dein Mikro knurrt immer noch Hä? Lass deinen Arschloch mal knurren, Malle Er hat ihn durchvoll Ja, Gott Das willst du... Was hast du davor? Ich geh nach Hause Ich geh nach Hause Ich geh nach... Ciao, Kakao Hm? LOL Okay Wow Bring dich an der Fackel doch einfach um, ja, okay Nicht in der Hölle, wieso nicht Also... Weil man fliegt dann in der La... Was? Nein, in der Hölle, wenn du gegen den Zaun springst Oh Scheiße, das war ein incident Weg hier Was hast du ausgeschmissen? Oh Doch nicht Oh ja Was schießt hier? Was schießt du hier? Na, ja Keiner Doch Oh, ich verbrenne... Oh, lol Hä? Blöder Vollidiot Süß, du bist so ein Vollidiot Du bist so ein Vollidiot Du bist so ein Vollidiot Ich hau, ich geh alle weg hier Achtung, Disco, Disco Was schmeißt du dich schon wieder Disco rum? Wow Disco, fuck you Jungs Das war zügig Ich hab doch gesagt Disco Ja, warum machst du das? Ich hab doch gesagt Disco Hör auf Du Huren Mitch! Äh, Eddie, Eddie ist es Was war das? Oh, oh! Mon Malle Oh 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 What the fuck Fick dich, verpiss dich doch, man! Scheiß Minecraft Was? Was ist er denn jetzt? Da ist er Oh 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 Fick dich selber Oh 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 Bei Oh 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 Das war dumm, Alter. Du gibst keine Waffen, Alter. Ich hab nur ne Pistole. Traitor nur ne Pistole? Scheiße, ne? In der Trap-Time als Traitor, Alter, genau. So, und Respawn! Was? Hallo? Achso, Respawn. Ich dachte schon, hä, was? Du hast gestorben. Aua. Was? Oh, ich bin Deto. Rollshuffle. BTF. Warum bin ich Deto auf einmal geworden? Wer war vorher Traitor? Wer war vorher Traitor? Wer war vorher Traitor? Jetzt hab ich ein Problem. Ich war nicht Traitor. Er ist jetzt nicht mehr Traitor und hätte vielleicht sogar tatsächlich was kaufen können. Ja, konnte ich nicht mehr. Also, ich bin jetzt kein Traitor. Was sagst du denn? Mitch, 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 Mitch. Tych, kauf den Randomart! Ah, noch nicht. Mitch, verfolgt mich, Mitch, verfolgt mich, wenn ich gleich top bin, ist es Mitch. Habt ihr mir grad zugehört? Mitch, 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 Mitch gesagt. Du warst Traitor vor. Warum schlägst du die Wand? Man kann das kaputt machen? Ja, ja, Mitch. Du willst mich schon umbringen. Geh weg! Kann man das noch kaum abschießen? Lass mich kaputt! Ja, kann man auch. Gut, dass man wieder aus dem Teeraum raus kann. Ich mag Rollshuffle nicht. Mach doch nicht. Es ist witzig, wenn du vorher was gekauft hast, weil dann kannst du in der Center... Na, Eddie? Na, Eddie? Na, Eddie? Willst du mich wieder abschießen, oder was? Ich hol dich weg. Ich hol dich weg. Ist auch immer die Facke. Wester, wester, wester. Ach so, Henny ist das okay. Bloß weg von Henny, Alter. Henny ist Traitor. Immer. Eddie ist Traitor. Ich weiß grad, jemanden mit Corona gefallen. Ich bin ja runtergefallen. Oh, was machst du? What the fuck? Ah, Brandgranate, Brandgranate. Der hat jetzt hier mit Brandgranate. Oh fuck! 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 Help! Ich bin tot. Was? Hä? Alter, geh weg. Er ist wahrscheinlich ertrunken. Disco! Pogo. Und Disco? Und fahr' mir eigentlich in der Traitor umdrinne als Enno. Ja, ich war grad im Teeworm, als ich noch Tee war und dann war ich kein Tee mehr. Gott, Alter, ruckelt das, Mann. Bei mir nicht. Alter, ich hab ne 300er Ping. Äh, was machst du denn? Du lädst du schon wieder Gay-Porns hinterher runter? Ja und? Pfff! ScaryHairyAtChinaPorn.org Ey, jo! Ich bin runtergefallen. Hallo. Wer schießt hier, wer schießt hier? Weiß ich nicht. Hallo. Ich hab... Äh, was heißt das denn jetzt? Ach du Scheiße, wir haben 300 live. Ach du Scheiße. Ich hab nur 294, das ist unfair. Ja, ich auch. Okay, darf ich auf den Schießen? Ich auch. Aber ich glaub, wir kriegen nach und nach langsam... Hättest du nicht noch was anderes? Mh-mh. Nee. So nicht. Geh weg, Kovacs, Alter, du Hundesohn. Fuck off, so du siehst du schon wieder fast schattet. Alter, das war die Disco. Du nutze. Hast du dir mal runtergefallen? Nein. Glaub ich nicht. Nein, wir waren ja die Einzigen hier rum. Wo ist der Dritte? Nee, wir waren hier zu zweit. Wir waren zu zweit. Ich bin hier auch noch. Ganja war mal irgendwo hier, aber... Ja. Ich bin runtergefallen. Hallo. Achso. Gut, dann lebst du ja noch. Tschüss, tschüss, tschüss. Was ist Ganja? Ganja lebt noch. Aber Ganja hat weniger Leben als wir alle. Ja, weil er runtergefallen ist wollen. Nee, der hatte vorher schon weniger Leben. Nee, Ganja müsste irgendwo bei 200 sein oder so. Ja. Nein, 132. Ja. 297. Also hab ich ihn fast umgebracht. 132, ich hab auch fast umgebracht. Mitch ist bei mir. Mitch ist bei mir. Mitch ist bei mir. Oh, ich hab so eine Disco verroffen. Weg da. Achtung. Das war keine Disco. Ich hab mich grad fast selber umgebracht. Das war keine Disco. Ich wollt die runterwerfen, dann kommst du da hoch. Du Pümmelkopf. Ja, tut mir leid. Ah. Boah, fast runtergefallen. Hä? Wir sind bald da. Wieso sind wir gleich da? Sind wir schon da? Habt ihr schon Krebs? Was? Nein. Hitler-Terror ficken. Oh, Leider. Jetzt hat er's gesagt. Hier kann man langlaufen. Das, was wir alle gedacht haben. Hier liegt ne Goldbox. Hier. Hier. Die kannst du zum Traitor-Tester bringen und dann kannst du den Traitor-Tester aktivieren. Und der Traitor-Tester. Aua. Toll. Du hast geändert. Oh, auf dem Turm. Oh, auf dem Turm. Oh, auf dem Turm. Wie? Wo denn? Oh, auf dem Turm. Auf dem Turm bin ich. Das ist einfach Fabi war das, weil ich den Schuss gehörte. Fabi war das schon. Wir waren unten. Außerdem, wie ich schon sagte, ich war vorher Tee und bin jetzt... Ach, Herr Schaar. Horst. Horst. Horstmann? Ja. Ich bin... Proven bin ich. Anja, warst du das? Und was ist mit Malle? Ich war doch bei dir. Ey, ich war hier unten im Wasser. Ich bin da vorhin hinten runter gefahren. Ja, wo liegt der denn jetzt hier? Hier muss der ja irgendwo liegen. Hier oben. Da ist er. Ey, die liegt da oben. Ey, die liegt da oben. Ey, die liegt da oben. Ey, die ist tot. Echt? Ey, die ist tot. Ja, ne. Haben wir überhaupt schon eine Leiche? Äh. Hä? 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 Was ist denn die für'n Teil? Ach, Lowstorm. Ich hab... Ich hab das Bedürfnis auf Mitch zu schießen. Was? Könnt ihr euch mal verpissen? Nein. Ihr seid ja bestimmt grad alle oben, oder? Nein. Nein. Sind wir nicht... Darf ich schießen mit? Nein, darfst du nicht. Aber ich hab grad deinen Kopf im Visio. Ja, dann rape ich aber deinen Anus. Was? Oh ja, gerne. Ich bin auf nem Baum. Ich bin auf nem Baum. Zieh dich, Rex. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vollidiot. Was heißt hier vollidiot? Ich bin sexy. Ah, ich wurde vergiftet. Was war das? Ich wurde vergiftet. Und zwar nicht... Also nicht... Oh doch, Ganja. Hä? Warum ich? Hä? Hä? Warum ich? Ich bin doch ganz woanders. Dieses Anal-Roll-Ding. Ich geh weg, ey. Der grinst schon so. Der grinst schon so durchs Mikrofon durch. Ich hab auf einmal so'n Gen im Headset gehabt. Es gibt es nicht. Macht er mich einfach. Warum kann man keine Berge hochklettern? Komm an. Weil du zu fett bist. Ach, ich muss mich hin... Ach, Crowdjumping. Aaaaah. So. Captain Morpheus! Yes! Rex is it! Rex is it! Rex is it! Er hat jetzt grad nicht auf mich geschossen. Wer schießt denn gerade hier? Woah! Süff, Alter! Ach, du bist Dete! Ja. Oh Gott. Oh Gott. Eh! Was macht ihr da? Was ist das für'n Knall? Ich häng... Ich häng... Ich häng... Ich häng... Ich häng fest. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Bringt da jemand rum? Ach, Neo. Neo kommt gleich... Oh was? Äh? Neo kommt vorbei? Kacke! Ha! Wer war's jetzt? Wer war's jetzt? Es war Rex. Es war Rex. Es war Rex. Ja, ich war's auch. Aber... Ja, ich war's auch. Ja, ich hab's schon immer gedacht. Weil du als einziger wusstest, dass ich da oben rumhänge, ne? Mhm. Ich bin im Wassereingang... Ich bin im Wassereingang vom Freighterraum gestorben. Der ist aber Rewe Kondome gekauft, um fremdzugeben. Hab trotzdem Treuepunkte bekommen. Hab's einfach drauf. Oh mein Gott. Der ist richtig schlecht. Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Ja. Rex, ich hasse dich. Hä? Was tust du, du liebst mich? Ach nein. Ich liebe mich. Effective. Effective. Mach random. 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 Ich mach kein random. Mach random. Doch mach mal random, Alter. Random. Nein, ich mag den random mit. Granade. Granade. Incendary. Nee, das war hier von... Ich hab auch Incendary geschmissen. Hä, was? Hallo Eddie, ich bin ein bisschen. Mein Schienbein juckt einmal. Bist du Terror? Ach mein Gott. Bist du Terror, Jungen? Das sind total verdammte analen Ratten hier. Wer schmeißt hier die ganze Zeit disst? Oh nein. Oh nein. Was soll das? Oh nein. Oh nein. Ich hab's doch nicht gesagt. Mann. Alle voll die Wichse, Alter. Alle. Oh komm, random rat, random rat, random rat, los. Und dann, oh scheiße. Natürlich. Was für das Spaß machen, haben sie gesagt. Man kann sich gar nicht wehtun, haben sie gesagt. Da kommt bestimmt was cooles, haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Hennies tot. Hennies Tee. Haha. Hennies tot. Hennies Tee. Hennies ist nicht tot. Hennie, es bringt nichts. Es funktioniert einfach nicht. Hennie ist der Tussi. Hennies Tee. Hat er sich wieder... Oder? Das heißt Hennies K-O-O-S. Hennies K-O. K-O. Im S. Oder auch nicht. Hä? Er lebt gerade noch so. Ei? Eddie? Ei? Ei? Was war das? Hier ist jemand gestorben. Ja. Er hieß dich, Rex. Bist du dich. Ganja, lebst du noch? Ich lebe noch mit 16. Ich bin runtergefallen. Wer lebt noch mit 16? Ja, hier ist gerade jemand gestorben. Ja, Irgendjemand ist gestorben, ne? Na, ist Eddie tot? Alter, wieso häng ich nicht mit? Ja, ja, ich geh' davon aus, dass... Na, Fabi war das bestimmt halt tot. Nein, war ich nicht. Na. Ayo. Fabi, ist über mir. Ich hab' ein. Nein, 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 nein. Xy, xy, xy. Xy, xy. Was der? Ich schieb doch hier drauf? Xy, xy. Geh zu von mir. Xy, xy, xy. Geh zu von mir. Xy, 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 xy. Xy, 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 xy. Xy, 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 xy. Oh, mein Gott. Weißt du, was mich wundert? Warum Malle die ganze Zeit so ruhig ist? Was? War irgendwie schon, ne? Ja, ich sammel hier die Diablöcke. Ja, 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 ja. Ich sammel auch gleich mal was ein. Ich sammel auch schon was. BITCH, BITCH. BITCH, BITCH. BITCH, BITCH. BITCH ist entweder tot oder Tee. Was bringt das eigentlich, die Diablöcke einzusammeln und in den oben zu schmeißen? Gar nichts. Doch, ich glaube, das Level wird dann... Fabi, ich brauche einen Credit von dir. Halt die Fresse, du Bambusratte. Wo bist du, wie ich schnell dich hab? Hat er recht. Pack die Pistole weg. Hat er nicht gesagt. Wieso soll ich die Pistole wegpacken? Weiß ich nicht, ich hab Angst davor. Der hat halt die Ziel genommen, als das ist scheiß MG. Und du noch 19 Leben hast, deswegen hast du Angst davor. Genau, genau deswegen. Wo ist Xy... Wo ist halt die Fresse? Wo ist halt die Fresse? Den kenn ich nicht. Haben wir schon mal mit dem gespielt? Boah, ich bin so fällig mit dem. Malle. Was ist denn? Geh weg, Kanja! Oh, hier hängt der nie. Ja, totmachen. Der lebt noch. Nein, der hängt da. Nein, das ist nur seine scheiß Feldleiche. Der lebt noch. Hier, bei mir ist einer unsichtbar. Hier ist einer unsichtbar. Hier ist einer unsichtbar. Hä? Ja, mach ihn tot. Das ist nur einen unsichtbar, ich seh keinen. Hini ist da hin beim... Hallo oder Hini? Nein, Hini ist es. Hab ihn getötet. Sehr schön. Sehr schön. Er war ein Tee. Dann ist es Mitch. Mitch ist nämlich unglaublich leise. Mitch ist immer mega leise, wenn er Tee ist. Äh... Voll die gute Argumentation, Alter. Aua. Voll dead Argument. Aug... Aug... Augmentische Erweiterung. Aua... Aug... Aug... Augmentisch. Wort existiert, ja? Fick dich. Seit heute. Nein, das gibt's wirklich. Hammer... Hammer... Ach was. Aua. Was für King. Nenn mich King Kong, du Nuttensohn. Nuttensohn. S... S... I... Teef! Ja, ist es Xyf oder was? Ja, dann machen wir Xyf. Ja, das haben wir geschrien. Malle? Äh, nee, Kilian. Äh, was ist? Malle? Hallo, hallo, hallo? Fang mal die Disco. Hinter die, hinter die, hinter die. Oha, nee, Alter. Wo ist Xyf? Xyf! Xyf! Oh, wer war das denn jetzt? Fuck you! Eine Hure! Oh, nee, oder? Oh, ne, oder? Zauberer Arbeit jyf! So gut! Oh, Glacier... ...hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Bis zum nächsten Rund. Äh, konnte ich mir keinen geben? Leute, ich muss jetzt aber auch. Bis zur nächsten Runde! Ich konnte dir keine geben! Auf Wiederschau! Ach, fuck, dann hattest du die schon...